Rebecca ist für uns ein ganz großer Gewinn, menschlich und auch politisch. Ja, Rebecca ist für mich eine ganz, ganz wichtige Person, sowohl als Freundin als auch als langjährige Mitstreiterin in vielen, vielen Bereichen. Vor allem schätzen wir, also mein Mann und ich oder wir auch als Familie, schätzen ihre politische Arbeit ganz ungeheuer, weil ich finde, dass sie da sehr authentisch und sehr glaubwürdig ist und sich auch wirklich einsetzt, wenn es unbequem wird, sich sogar auch mal gegen ihre Parteispitze zur Wehr setzt und hier für die gute Sache einen großartigen Einsatz macht, auf der europäischen Bühne, aber auch hier vor Ort. Und ja, mir wird immer ganz warm ums Herz, wenn ich an Rebecca denke und wünsche ihr einfach ganz doll, dass sie auch die nächste Europawahl gut meistert und dass sie wieder eine gute Arbeit dort abliefern darf und eine wichtige Figur im Europäischen Parlament sein kann. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.